Na schön, ihr sammelt euch auch so langsam wieder. Ich wollte jetzt starven, bin schon fast eingenickt. Da hat mich meine Katze wieder geweckt, weil die direkt hier drauf saß. Ja. Was sind das für Dinge eigentlich? Weiß es jemand? Hm. Nein. Ja, dann. Alles klar, Kollege. Keine Totenstarre, aber die Euglein sind schon richtig reingefallen. Leben tust du noch mal, ne? Nein. Leider nicht. Na dann. Okay, Kleiner. Oh, was sind das? Und... Und...